Es ist Star-Sable-Zeit. Auf der Star-Sable-Zeit könnt ihr euren individuellen Charakter erstellen. Und natürlich auch euer erstes eigenes Pferd. Willkommen in meinem Stall. Das ist die wundervolle Esmeralda Potato Tree. Mit der lieben Esmeralda Potato Tree erkunden wir heute das Reitsport-Festival. Und es finden täglich wechselnde Wettbewerbe statt. Und soviel ich mitbekommen habe, gibt es hier so eine Art Mode-Challenge. Sie geben uns jetzt ein Thema und wir müssen uns dann so anziehen. Das ist definitiv eine Aufgabe für mich. Ich meine, seht ihr meinen stylischen Helm? Oh mein Gott, wie cool ist dieses Outfit. Hier kann man Rennen reiten. Das Pferd heißt jetzt einfach Party-Time. Da ist einfach ein Herz auf seinem Po. Und mit dem Pferd machen wir jetzt noch ein tägliches Training. Zeig uns, wie schnell ihr seid. Das Dresurreiten und ganz viele andere spannende Dinge bekommt man, wenn man schon ein bisschen weiter im Spiel ist und ein Star-Rider. Mit dem Link in meiner Infobox könnt ihr das eine Woche lang gratis testen. Und dieses Reitsport-Festival ist doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür.